Doch jetzt will er auch gut, passt. Könnt ihr mal irgendwie eine Richtgeschwindigkeit sagen? Wir fahren auf der Autobahn in der Stadt 30. Also innerhalb von der Stadt 30 und Auto 30. Oh Leute, geht mal woanders hin zum Telefon. Kein Hintergrundgeräusch, keine... Wenn du eben krass Hintergrundgeräusch hast, bitte push the talk. Frage von der Kombi, den Wolf, den wir runter in den Schillen, da ist push the talk. Bitte, an alle. Reicht? Ich fahr mit hinten, Panischer, weil ich jetzt erst dazu gestoßen bin. Hier kommt nur ein LKW an. Erwarte doch erst mal. Chill doch mal, Jure. Ey, chill deine Base. Ja, chill die Base, ey. Gut klar. Schut's abends. Nein. Da kommt die Bielentüte. Gehen wir wieder auf 70? Ja, erstmal auf 60. Okay. Boah. Leute, es hat sich sogar so ergeben, wie ich es wollte. Ich bin hinter Frühjahrtag. Also nein, hinter Zero. Oh, was nein. Was? Pratschein. Leute, ganz kurz zum Internet. Seid ihr noch da? Ja. Fahr. Ich hol dich ab. Ich hol dich ab. Bist du noch in der Werkstatt? Ja, ich stehe da wahrscheinlich noch. Ich hol dich ab. 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 Warum ist das los zwischen den LKWs? Ich weiß nicht, die Vampire ist auch noch hier. Also ich stehe in der Werkstatt jetzt. Mhm. Ich komm jetzt wieder rein. Vielleicht haben wir schon was schönes. Doch, weil ich kann nicht schön. Mein Vater kam gerade, ich hab schon mit dem geredet. Und dann kam ich und dann war ich auch beim Wegen. Könnt ihr oben kurz anhalten, Jungs? Ja, ohne? Ja. Einmal kurz auf den Seidenstreifen. Zwei Minuten unter. Ja. Ja. Ja, kein Problem. Alles gut. Da ist Almani. Äh, Vampire fährst du noch mit? Ja, ne? Fährst du vor dir gesetzt? Weil Vampire steht. Er sagt gar nichts mit der ist. Ich muss ja irgendwie runterkommen. Ja, ne? Jungs. Kapatius. Hallo, hallo. Er sagt nichts. Ist er gemutet im TS? Nein. Na gut, dann würde ich sagen, ich fahr los, ne? Ja. Warte kurz, ich kann das noch nicht losfahren, weil wir schützen im Typen und... Ja, okay, klar. Vampire? Hm. Gut, komm, wir fern los. Vampire auch nicht da? Ne, der steht mir nicht da. Ne, der steht mir nicht da. Halten wir? Ja. Alter! Scheiße! Ja, der, der, der Dings muss fahren hier, der andere. Genau, er fährt jetzt. Ganz gut daher. Wird nicht rum. Ähm, kann ich wieder am zweitag gehen? Wird wahrscheinlich am zweitag gehen. Mh, müssen wir mal gucken, wenn wir nicht oben sind. Du bist unbedingt immer mehr vorne, oder? Wir sind schon auf der Werkstatt raus, gehen wir auf der Autobahn. Okay, progress. Mhm. Jaja, klar. Ja, ich versuche... Ja, ich kann noch... Ein Spatrius! Spatrius? Fahrt aus weiter Richtung Zürich-Bern. Da mir, mit ner Konzertlackierung. Ähm... Machen wir keine Warnlinke an, wenn wir auf dem Standstreffer stehen? Warum? Dann halt nicht! Du der Erste und der Letzte, oder? Abzitter rein. Mach sie an, wenn du willst. Ja. Wir mussten da hinten abfahren, ist das richtig? Mein Gott, es werden einfach immer real. Du hast die Rote, oder? Ja. Können wir ganz kurz so stehen? Bleibt mich wisst, wie hat man? Wir müssen jetzt... Die große Kreuzung müssen wir runter, ne? Hallo links quasi, ne? Wie viele Leute sind wir denn jetzt insgesamt so? Genau. Ich glaube, nicht allzu viele. Sechs Fahrer von, äh... Von Mitfahrern und ich glaube es sieben von der Konzert, oder? Die zweite runter, nicht die erste, ne? Mhm. Mhm. Also doch knapp 15, Leute. Ein bisschen mehr, aber... Ich hab wohl nicht keine Tafel. Aber es sind einige, die sich angemeldet haben, nicht gekommen. Sei ruhig da hinter mir. Äh, ich hab mal eine Frage... Ich bin gekommen. Ja. Geht ja nicht von dir. Ja. Ähm, organisierst du vielleicht noch öfters, oder... Oder wie... Ja, es werden noch... Es werden auf jeden Fall nochmal Convays von mir kommen. Einfach mal... Ich fahr echt gerne Convays... 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 Convays mit. Also, wenn ihr jemanden braucht, werdet euch von mich. Ich bin immer davon. Schau einfach mal bei... Ähm... ETS2C.com Ab und zu mal vorbei. Äh, da trabe ich meine Convoise mal ein. Ich hab euch schon eine Tafel. Es liegt jetzt hinter euch. Ich seh euch schon. Ja, da können wir weiterfahren. Jo, irgendwen weiterfahren. Können wir weiterfahren? Ja. Ich fand mich dann gleich... Ah, er ist so 200 Meter hinter mir. Ja. Aber... Er kommt. So ist schon hinter mir. Ah, jetzt mal vorne hoch auf 60 und dann nachher wieder auf 70. Achtung, Almani... Äh... Reiß ich das noch rein. Almin! Almin! Alina scheiße! Und? Kommt das denn? Rommel 60? Ja. Okay. Ist das normal, dass die Einsatzleiter ab und zu überholt immer? Achso, er stimmt ja die Mäste nicht. Ich fahr ja mit dem Konvoi, also mit als Absperrung. Na okay. Ich fahr ja mit dem YouTube-YouTube-Requestion. Ich fahr ja mit dem YouTube-Requestion. Ich mach vorne mal wieder hoch auf 70. Ja. Ja. Hat jemand gerade mein Handy gehört oder warum hat er... Ja. Ja. Bist du weniger. Funneker! Wenn der langsam präsent ist, ist unser Unterbrochenkeit. Ein Wort pro Stunde hat er... Ohohohohohohohohohohoh.. Ohohohohohohoho... Al... Al... Musch schon gerecht sein. Ach, der war trüb. Damm, 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 Damm. Servus, wir sind noch... Nach Skandinavien 975 Kalimantel. Ich bin 150 Meter vor der Abwand wieder. Warum steht hier keiner bei Tür, wöch? Ja ne. Und da ist der Patriot. Wieviel Kilometer? 464 Also der Hälfte Ah, sicher Ja, ein Drittel nur noch ist das, ne? Ich glaub nicht Oh, da ist man weg Da hat er immer ein Time-Mode Äh, Leute, glaubt ihr, wir sind bis 4 Uhr da? Ja, auf jeden Fall Ja, schaffen Ich denk mal circa noch ne halbe Stunde Ok, nice Wow Soll wenn man nur noch ne halbe Stunde vorhanden hat Dann hat sich das ja richtig gelohnt Ach komm, hol nicht Du hast einfach Bock dabei hilfst Ich weiß Muss ich glücklich setzen, dass die netten Jungs auch noch auf dich gewartet haben Beziehungsweise es entschieden haben Ja, dann muss man auch Ne Pause war nicht eingeplant, weil wir dachten wir machen jeden Fall für ne Pause Und ähm Das hat gepasst, das hat eigentlich gepasst Doch, super Voll die Notlandung für den Flo Ähm, wer ist eigentlich der, 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 der Leader von der, ähm Von der, ähm, Co Ach, scheiße, hab ich den Namen vergessen Heute nicht da Heute nicht da? Nein Ob das ist Daniel, oder? Könnte man eventuell Willst ihr das in Ausnahme bei einem 15-Jährigen machen? Wisst ihr das? Nein Nein, ist nicht Was, was ist ein Mind? Das zeigt uns leider die Erfahrung Was ist ein Mindestalter? 16 Jahre Ja Und auch ne gewisse Stundenanzahl im Multiplayer Okay Und ne saubere Steam IT wäre wünschenswert Ja Ja Wäre wünschenswert Keine Keine Also Prinzip kein Ausschluss Jo Zero Und zwei Wann Alter Wir fahren alle so langsam gerade Ne, ist immer irgendwie leckst du Vor allem der Albin, der überholt Warum? Ich überhole, Alter Sei leise, Mann Ich musste nach links fallen, weil der Zero hat das geleckt Jungs, Jungs, habt euch wie Habt euch wie Ja, der Zero hat so geleckt Und da bin ich fast gegen den Dann bin ich da auf die linke fuhr Ja, das ist ja okay Du hast mich schon überholt, warum? Ja, weil ich am 2. Fälle bin Achso Ne, jetzt bist du aber am 3. Nein Ja Von den Fahrern, nicht von den Vieh Von den, von den Ja 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 Ich glaub, der hat ja echt um die Verboten zu reden den ganzen Tag Kann das sein Verlet Ja, bitte Wo bist du jetzt? Äh, direkt an der Grenze Ah, okay Ich bin jetzt drüben bei der Schweiz GAMEPRESS 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 Boah Schrei doch nicht, frei doch nicht, doch Haha Meine Gott Ich hab alle mal in der Pause dem Wiele gesagt Schpatt, Leo Hahaha Naja Was? 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 Na, heute irgendwann Keinen chaotischer Convoy, aber... Klein, aber fein Ich wum mal sagen, wir weichen alle über den Parkplatz außen, oder? Achtung, ich joine Achtung Da vorne leben Sie doch rein Du sagst jetzt drauf, was alles drinsteht. Ja, geht doch. Es steht alles da, man muss nur lesen. Ne, jetzt kannste das keiner mehr wissen durch. Tiro. Ja? Man muss nur lesen, was da steht. Ja, es kam ein bisschen vor. Hehehe, so gut. Moment, sagt uns. Dankeschön. Was? Oh, diese Abbiegungen mag ich nicht. Warum? Das sind so eng. Die sind voll einfach, wenn man es kann. Oh, ja. Wenn man es kann. Hier ist so eine kleine Lücke zwischen... Zwischen... ...wenn ich den ersten und den zweiten... ...und dann kommt gar nichts. Ne, weil da... Der hat gar kein Gamebrush. Ja. Hey, Zero to Lex für mich gerade so ein bisschen... Ja, es liegt an meiner Leitung. Ja. Sechsten Karten, ich fach. Na ja, ich habe auch 60. Auch werben Leute mit 2K? War das schon alles? 2FWs? Dann müsste noch einer kommen. Müsst noch ein paar kommen, eigentlich. Hallo? Jetzt bin ich raus. Ne, da kommt eine Solo-Maschine. Ne, ich fach gerade... ...eine. Scheiß Vorkasch, ich das brauche keiner. Ja, jetzt habe ich das. Also der fach so von 20kAh oder so. Ja, ich glaube dann wird das bald hier heute nix mehr. Alter Mann... Ich kenn das selber, ich hab dir gestern auch, alle 10 Minuten Gangcrash. Ja, aber alle 10 Minuten Gangcrash. Nachdem du die Gamecrash-Datei gelöscht hast, hat das ja funktioniert, oder? Ja, ja, das ist ja alles normal. Du musst beide löschen, ne? Auch im ETS 2 MP musst du auch die Gamecrash-Datei löschen. Ja, und die Gamelog, die kannst du auch löschen. Die Gamelog auch, na stimmt. So, da ist ja der Verlauf, dann sucht er den wieder. Ja, ja, klar. Der sucht ja die, der speichert ja die ganzen Fehler da drin. Boah, der kommt ja vorbei gleich. Weiterfahren oder nochmal? Ja, das hab ich gerade gemacht. Ja, weiterfahren. Aber 2 LKWs nur noch? Ja, passt doch. Geht schon ein paar mehr sein, oder? Brauchst du noch 2? Wurden den ganzen Rest abgeblieben? Ja, keine Ahnung. Ein Medien ist der Gamecrash. Vampire ist rausgefallen an der Werkstatt. Ich glaub, das steht ja immer noch. Ein und so. Ist ja aber schlimm, wenn man sich an der Glackierung draufmacht. Und deine Glackierung wechselt. Ryoto, konntest du das lesen von mir? Nein. Ist auch gerade vorbei, Grasvisund. Ist aber gut, wei gefahren. Ähm, ich kann momentan gar nichts lesen, weil bei der Chat schon wieder nicht aufgeht. Warum auch immer. Ja, bei mir aber auch nicht. Scheiße. Ich halte Richtung Berge. Wer? Kali? Ja, schade. Ich dachte. Ich hab gebetet. Hoffentlich klappt. Mach ein Move, ey. Was hat sich jemand... Hat sich jemand scharfen gelegt? Nein. Boah. In den letzten Kilometern noch gelenkt, ey. Kann ich aber keine Pfade, die ist wieder hinten rausgefallen, das war total schade. Zahlt doch, ich kriege alle. Oh, was ein Move, ey. Was, ein solcher Fass, um mich zu schade. Einmal... Chris kommt hinter dir noch einer oder war's das? Ja grüße dich Das ist mir auch schon mal passiert Kann das eigentlich sein, dass der Philipp immer hinter mir ist? Das funktioniert doch nicht Der fährt immer vor mir, wieso ist der denn auf einmal hinter mir? Fahren wir eigentlich nur Autobahnen oder kommt er in die Landstraße? Weiß ich nicht Das muss nicht wahr sein Also ich glaube, das ist jetzt noch nicht Spaß, einfach raus Es wird langsam gedreht umgekehrt Oh verdammt Oh Alter, das ist schwer Punica Punica? Jetzt hat mich alle Punica Punica, ich kann ja auch nicht dafür, wenn du mich überholst, wenn ich dann auch stehe Das war auch du Schmock, ja? What? War das eine Anmerkung oder eine Drohung? Flo mit Rettungsfahren Kannst du dir aussuchen Okay, super Achso meinst du das? Ah, alles klar Ja, ne, ist klar Da hab ich gesehen, Flo Oh, da hab ich ganz schwach dios Ist okay, richtig, danke Ja, ne, hab ich gesehen Alles gut Okay Ne, ne Ich war ja gerade nicht dran, gerade gar nicht knapp wie in der Legland oder so, ne? Eigentlich Ja, ab, 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 ab Ab, 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 ab Bestimmt Verzerrer Bestimmt Verzerrer Hast du dir alles zu trauen? Punica Steht hier Warum sagt man was? Es ist doch nicht einfach Punica 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 Ich meine Leute, ich bin so doof, ich frag euch die ganze Zeit, was weg ist jetzt, was stimmt, dass mir links gelöst ist Ich bin in Richtung Bern und Zürich abgewogen, war das richtig? Ja Ja Und dann weiter nach Milano Richtung Milano, Richtung Milano Ich fahr' ja 110, ist echt viel hier, ne? Da ist schon wieder jemand schneller als ich, ich finde Nette Kennkunst Livestreamer Oh, komm, die seine Kugel Ne, doch nicht Boah, ist das Ah, super Super Was fahr' denn alle da, ey? Der überholt mich der Livestreamer, alter, Jörg, der kann da nicht sein Ne, das glaub' ich nicht Ich glaub, Punica kommt mit auf Streamt das einer von euch, oder steht das nur so da? Nein, ich strimme Wenn's da steht, dann... Oh, ne, Coyote Das ist doch einfach... Leute, Schittow, Straßburg, Bern Kali 161 Richtung Bern Richtung Bern Alter, wie viele Runde umleuchten hat der Mann? Acht Stück Ja, ja, da ist Vorschrift Das sind doch keine... Hä, die... Hä, du hast acht auf dem Dach und acht vorne dran, oder was? Nein, ich hab sechs vorne dran und zwei auf dem Dach Achso Neun Na gut, er pfff Hier steht der Schneemann Was ist mit dem Schneemann? Was ist mit dem Schneemann? Ich kann mit Philipp nicht halt den Namen Philipp nicht verweiblichen, leider Philippine Philippine Oh! Haaa! Oh! Ja, du hattest Standbild, ich hab's gesehen Du hattest Standbild Aber bitte nicht schreien, ne? Also... Ja Oh nein! Also, kann ich nur wieder weiterfahren, oder was? Pony kannst du mir in der Tabletten Ich bin hinter dir, mein Freund Ja, so Erstmal in der Tabletten